CrossFit Dieses Mal wird es anstrengend. CrossFit ist die Outdoor-Aktivität für euch Kids und Teens. Ich bin der Michi und schon ganz schön außer Atem. Worum geht es bei der CrossFit-Aktivität? Es geht darum, dass du rausgehst wieder in die Natur mit deinen Freunden oder auch mit deiner ganzen Familie. Und ihr sollt euch inspirieren lassen von allen Sachen, die hier in der Natur sind und dort Sportübungen absolviert. Jede Übung 10 Wiederholungen. Danach läufst du weiter und suchst dir einen neuen Spot, wo du wieder ein paar Übungen machen kannst. Sei bei den Übungen kreativ. Probier auch ein bisschen aus. Genauso mache ich es jetzt auch. Ich sehe hier einen Baumstamm. Da könnte ich doch ein paar Sprünge machen. Und hopp. Jawohl. Und nach oben. Der Untergrund ist ganz weich. Komplett neues Gefühl. Ich habe jetzt nur vier gemacht, denn ich suche jetzt weiter und suche mir die nächste Stelle. Viel Spaß. Hier fällt mir gleich eine neue Station ein, die man ausprobieren kann. Treppen steigen. Und los geht's. Wenn das Laufen zu anstrengend ist, dann kannst du auch gerne zwischen den einzelnen Stationen gehen. So, ich bin gleich fertig. Super. Jetzt sei kreativ. Versuch so viele Stationen wie möglich zu finden. Ich wünsche dir viel Spaß. Ich schaue jetzt mal weiter. Bis dann. Ich schaue jetzt mal weiter.